Geschätzte Frauen und Männer, ihr geht sicher mit mir einig, dass die Landwirtschaft weiterhin in Bern oben muss vertreten sein. Es kann nicht sein, dass das Feld den Linken und Netten und vor allem auch nicht der CVP alleine überlassen werden kann. Gerne tue ich mich für das einsetzen, weil ich bin Bauernfrau und ich könne die Anliegen aus diesen Bereichen. Geschätzte Bäuerinnen und Bauern, liebe Anwesende, gerne tue ich das in Bern einbringen und mich stark machen für die SVP auch in anderen Belangen. Dankeschön.